so herzlich willkommen zu teil 2 von lego fluchte riebig mit der offenen welt wir morgen jetzt mal den hafen ein bisschen schauen was ist eigentlich ja okay ich weiß nicht ob das was bringt wir probieren jetzt mal spring da hoch springen da ungefähr so hin bringt eigentlich uns nix schauen wir mal da haben wir alles schon gefunden und das mal zusammen aber warum das mal zusammen hat ihn haben wir noch nicht perfekt können wir gleich kaufen so jetzt ist das problem wir können ja da noch nicht machen da brauchen wir denn ja copy da hat ein bisschen bis es ladet dann gehen wir unter wasser und zerstören heute ist dann sehen wir das mal da so lang dann brauchen wir eine frau wer geht die hüft dinge da so da haben wir unseren nächsten roten hut extra herzen für 500.000 kaufen wir dann brauchen wir denn ja copy und zerschießen mal die drei dinge hier und dann kommt wieder ein roter hut unter wasser atmen und dann gehen wir da mal nach links wieder rein wir haben jetzt hier und 80 goldene steine und bauen mal das hier zusammen und dann geht da dieses dort auf so und dann gehen wir mal da rein das war geschäft gehen wir jetzt mal auf geschichte das ist das eine bonus level und das machen wir jetzt erst mal erst auf geschichte und dann auf ein spiel alles in der folge ist eine spezial folge jetzt wo er bissl länger ist so können wir da was kriegen können wir da was kriegen Wahnsinn okay so schau mal was wir an herkriegen jetzt zerstört einfach mal alles so 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 weiter können wir da jetzt noch gar nicht wir müssen erst die andere neu erledigen müssen die noch erledigen wir müssen praktisch alle werden wir nur kaputt haben ok so so wenn das jetzt mit ton mehr so schönes beraten lied so jetzt kommen wieder runter kommen so dann haben wir den erledigt dann geht da dass du auf so und dann fahren wir mal weiter so ein film zwei praktisch da steht eigentlich nichts von 1 sammeln so was ist da warum eine fackel war so dann haben wir den schon mal so das stellen wir da einfach mal alles so wir müssen einfach alles morgen ach so ich weiß nicht ob das ausbringt wenn wir das suchen so 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 wir suchen jetzt einfach mal alles hat die muschel die näher so dann wissen wir den so dann geht da wieder das tour auf und dann geht es zum nächsten teil es ist ein stoff von 54 so 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 dann kommt einer runter dann müssen wir beziehen dann müssen wir die nächste welle besiegen dann müssen wir die nächste welle besiegen dann da 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 oh oh einfach immer vier drücken so dann geht das nächste tor auf so und dann geht es wieder weiter level abgeschlossen so jetzt aber alle gräuter steine nimm was du kriegen kommt so netz wenn wir immer mehr so ich zeige jetzt mal wie viel prozent wir schon sind von tito 36 prozent haben wir schon roten hüte müssen noch alle machen alle charaktere spiel aus alle extra charaktere lauf mit allen charakteren auf dem meeresboden spiel ein level mit ein extras eingeschaltet uns fehlt nicht mehr viel bis zur nächsten folge bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.